Herzlich willkommen beim Neumondhoroskop für den September und schon ein bisschen Anfang Oktober rein. Ja, wir hatten ja jetzt neulich den Neumond und zwar im Monat September im Zeichen Jungfrau. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das an allgemeinen Tendenzen? Darauf möchte ich heute eingehen. Ich bin Oliver Erini, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und ich freue mich, dass du dabei bist. Der Kanal wächst und gedeiht und wir stürzen uns gleich ins Geschehen, aber ich bitte dich vorher, bitte lass mir einen Daumen hoch, hier abonniere den Kanal. Wir knacken demnächst die 1000 Abonnenten und das finde ich für so einen Klitschenkanal wie meiner ist schon sehr beachtlich und freue mich da auch recht drüber. Gut, dann schauen wir jetzt zum Neumondhoroskop. Neumondhoroskop definiert immer so ein bisschen die Tendenz des Monats. Um was geht es denn? Der Mond steht für das Gefühl, für das Fühlen, für das, was uns eigentlich, was in uns reinkommt. Also das ist so das, was wir wahrnehmen, was wir fühlen können. Und das Zeichen Jungfrau ist ja ein Erdzeichen. Es ist ein sehr nüchternes, sehr rationelles Zeichen. Es geht darum, um aufräumen, ausmisten, buchhalten, ein bisschen vorsorgen, sparsamer sein. Und das ist so das Zeichen Jungfrau. Es ist so diese Erntezeit, Einkochzeit, die jetzt dann kommt im September rein. Und man sagt, okay, man kocht für den Winter ein, der dann kommen wird, für die harten Zeiten. Man denkt etwas voraus. Und deshalb ist der Jungfrau am Mond jetzt nicht der überbordendste Mond überhaupt. Und der Mond fühlt sich auch nicht unbedingt so wohl, weil es heißt, sei ein bisschen reeller, sei geerdeter, träume etwas weniger dahin. Das wäre so die Aufgabe. Vielleicht hast du ja die Lust, mal einen Hausputz zu machen oder auszumisten oder auch mal Marmelade einzukochen. Das wären alles so Tendenzen für den Jungfrauenmond. Ja, wir sehen hier unten in der Jungfrau, das ist so dieses M mit dem Kreiserle dran, sehen wir den Mond und die Sonne stehen, beim Neumond natürlich in Konjunktion. Und dann schauen wir uns mal an, was wir da haben. Spannend ist vor allem der Uranus in Stier. Und zwar ist der Uranus im Stier, der beschäftigt uns ja, ist ja ein ziemlicher Langsamläufer der Uranus und ich bin schon öfter darauf eingegangen. Das ist eben so dieser Wandel, das Neue in den alten Strukturen, in den Werten, in den stierischen Werten, wie Geld, wie gesellschaftlichen Normen, in den eigenen Grenzen. Das ist so dieses Neue, dieses überraschende Moment. Und der wirbelt ja jetzt so unsere Erdschwere gescheit durch. Und da werden viele natürlich auch mit Ängsten konfrontiert. Und dieser Uranus strahlt jetzt direkt hin in einem Trigon auf den Mond und auf die Sonne. Nein. Uranus will keinen Stillstand. Also Uranus möchte sich immer bewegen und ist so die Aufforderung, auch eine neue materielle Vision zu erlangen. Wo möchtest du hin? Was ist für dich wichtig? Was sind wahre Werte? Was sind Werte, die dir auch in dieser neuen Zeit helfen werden? Denn das, was früher mal war, ist nicht mehr und das wird noch immer deutlicher werden die nächste Zeit. Also was wird dir in der neuen Zeit weiterbringen? Was ist eine materielle Vision, die dich weiterbringt? Dazu fordert Uranus auf. Auf einer persönlichen Ebene kann es sein, dass du wirklich so mit etwas schwereren Stimmungen konfrontiert wirst, mit Stimmungsschwankungen konfrontiert wirst, dass du auch ein bisschen nervös wirst, dass da manchmal so himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, also dass das sehr stark auf und ab geht. Das wäre da natürlich eine Möglichkeit, wenn der Uranus, so wie es hier ist, eben auch auf Mond und auf Sonne, weil die ja zusammenstehen, das gleichzeitig bestrahlt. Ja, ein weiterer wesentlicher wichtiger Aspekt, der allerdings noch nicht ganz so dicke kommt, ist, und da gehe ich ja immer davon aus, ist der Pluto in Steinbock. Und auch den erwähne ich immer wieder. Ich nenne den ja die Schändung des Rechtssystems oder die Transformation des Rechtssystems. Und dieser Pluto wird jetzt befeuert im Neumondhoroskop über den Mars. Und Mars und Pluto, das ist zwar ein Trigon, also das ist jetzt noch nicht so die dramatischste Konstellation, aber man merkt, es brodelt. Also Pluto-Mars ist so Druck, ist Gewalt, ist eine gewisse Machtausübung auch, ist ein gewisses Kräfteringen, das da im Hintergrund sich abspielt. Und wenn wir uns anschauen, der Mars steht auch in der Jungfrau drinnen und Pluto im Steinbock, dann sind das alles sehr, sehr materielle Tendenzen. Also Steinbock ist so das Recht, ist die Arbeit, ist so dieses, ist das Arbeitssame. Und die Jungfrau ist natürlich auch dieses Unterordnen. Und wenn da der Mars steht, das ist so ein alter Aufbäumer, der sagt, ich bin vorne, dann ist man vielleicht nicht mehr ganz so im Unterordnen drinnen. Aber durch das, dass es ein Trigon ist, ist diese Konstellation noch nicht so stark aufgeladen. Es ist nicht nur der Pluto und Mars zusammen. Wir haben auch noch eine Opposition, und zwar von Neptun in Fische und in Mars. Und Neptun ist ja so der Friedenstifter, der sagt, alles ist gut, es ist mal locker, der ein bisschen so Heilung bringen möchte, aber auch ein bisschen die Verschleierung bringen möchte. Und das wäre auch noch einmal ein Hinweis darauf, dass man sagt, okay, diese Kraft, diese explosive Dynamik, die wir da über Pluto und Mars bekommen, jetzt in September rein, wird noch nicht ganz so dicke gelebt. Also die ist noch abgebremst, abgedämpft, abgefedert, kann aber durchaus, wie soll man denn sagen, ein Schuss vor dem Bug sein. Also dass man sagt, Achtung, so vielleicht nicht weitermachen, Achtung, da könnte mal etwas Größeres kommen. Also da ein bisschen aufpassen dabei. Auch vielleicht aufpassen vor so spontanen Entscheidungen, so spontanen Investitionen oder irgendwo, wo man sagt, emotional, ich möchte da jetzt etwas machen und man glaubt schnell, man ist wo schlau, aber da würde ich auch ein bisschen aufpassen. Das ist so die Täuschung drauf. Die letzte größere Konstellation in diesem Neumond-Horoskop sind Jupiter und Venus. Die Venus steht in der Waage und der Jupiter im Wassermann. Und Venus im Waage steht ja da eigentlich in ihrem Heimzeichen. Also die Venus fühlt sich ja da wohl, da geht es um Genuss, da geht es um Kultur, da geht es um Kunst. Und da ist ein Trigon zu Jupiter im Wassermann. Also das ist so ein Aufbäumen, ein zu frühes Freuen würde ich das nennen. Also Jupiter macht ja mehr, öffnet ja mehr, will etwas größer machen. Und mit Jupiter im Wassermann schießt man gerne mal übers Ziel hinaus. Und das ist durchaus eine Konstellation, wo ich sage, naja, Kunst und Kultur, dass da jetzt noch Optimismus herrscht, aber der dann gedämpft wird, der sich dann eventuell auch als falscher Optimismus herausstellt, weil man zu früh, zu schnell hinaus wollte. Und das wäre so diese Konstellation. Aber mit der Venus in Waage geht es ja generell darum, auch diesen Kunstgenuss, auch das ein bisschen mehr zu schätzen und zu achten. Also vielleicht auch für dich, dass etwas mit Kunst und Kultur funktioniert, brauchen sie dich halt auch, dass du da Tickets kaufst und ins Theater gehst. Und nicht nur eben kostenlose Angebote in Anspruch nimmst. Also das ist vielleicht auch noch ein kleiner Aufruf auch für die Kulturschaffenden. Die brauchen auch wirklich Ticketverkäufe, weil es hilft nichts, wenn jeder daheim sitzt und sich das daheim dann gibt. Ja, das wäre es im Prinzip vom Neumond-Horoskop im September. Es wird also aufgeladener, es brodelt was im Untergrund, es bleibt spannend. Aber grundsätzlich geht es für dich darum, bleib realistisch. Realistisch sein heißt einfach, dort sich wahrzunehmen, wo man steht, wo du jetzt stehst. Fang immer dort an. Also träume nicht von irgendetwas, was vielleicht in der Zukunft kommt oder ängstige dich auch nicht vor etwas, das in der Zukunft kommt, sondern bleibe geerdet, bleibe realistisch. Und darauf weist meines Erachtens nach das Neumond-Horoskop hin. Ja, ich hoffe, das Video hat dir Impulse geliefert. Ich bin Oliver Erini, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz. Und ich wünsche dir eine gute Zeit und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Alles Liebe.